Bitterland schön! Alles gut! Alles gut! Guten Morgen! Du bist zu Hause Und du bist zu Hause Jetzt bitterland schön! Ich bin mit der Haltkette über die Kabel Ich bin mit der Unterstützung der Haltkette und der Traube Ich glaube, ich weiss, es gibt ein schönes Schiff von Reutz, wir haben auch die Mühlmanns hier auf der See gesessen Dort werden alle stolz sein Aber die Vorläufe haben wir viel gemacht von uns Vielen Dank den Beckerriedern Und wir hören hier einmal den Nachwuchscore von Beckerried Obwohl wir uns eigentlich langsam wieder verabschieden aber nicht für immer sondern eben nur für zwei Jahre Und ein Botschafter das ist der Kaspi Gander kennt ihr alle er ist im Botschafterrat vom Schiff Wunderwalde das heisst auch er mit seinem Namen als bekannten Holzmusiker steht auch ganz hinter dem Projekt der Kabel der Kabel der Kabel der Kabel